Dies ist ein Regierungsgeheimnis. Kein Wort zu niemandem. Ich hab genug von Offizieren fürs Erste. Ich bedauere, ich bin auch Offizier. Polnische Armee. Ich wage es dennoch. Dieser Agent ist heute Nacht eingetroffen. Aus London. Mit wem hat er sich denn in London getroffen? Sir Winston Churchill. Jan Nowak, Direktor aus Warschau. Ein Kurier. Was Sie tun sollen, ist Bordervon zu überzeugen, einen Aufstand gegen die Deutschen zu beginnen. In diesem einen kurzen Moment, in den ganzen fünf Jahren blutigen Krieges, hängt die Zukunft Polens nur von uns beiden ab. Im Griff des Rasierpinsels befinden sich Mikrofilme. Wenn irgendetwas geschieht, zerstören Sie sie. Ich muss sofort abreisen. Vielleicht sehen wir uns ja wieder. Irgendwann. Wo steckt nur dieser verfluchte Kurier? Wen suchen wir? Mich suchen die Deutschen. Er weiß, dass er die meistgesuchte Person in Polen ist. Wir müssen warten. Ohne britische Unterstützung können wir nicht anfangen. Überrascht? Halt! Und was jetzt? Erschießen wir uns gegenseitig? O ha, wo ist er? Ohne und ist er? Ja! END Untertitelung des ZDF, 2020